Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Spranger, also wir müssen ja leider heute mal feststellen, wir haben in den letzten drei Jahren ziemlich viel Zeit vergeudet. Nicht nur, dass das Gesetz 2013 erst kam und ich muss leider trotzdem noch mal darauf aufmerksam machen, dass viele Bezirke, gerade die Innenstadtbezirke bereits seit 2008 Alarm geschlagen haben, dass Wohnraum zweckentfremdet wird, sondern auch die Nachbesserungen, die Sie jetzt heute hier ankündigen bzw. eingereicht haben, werden nicht dafür sorgen, dass wir die Probleme innerhalb des Gesetzes auch wirklich lösen werden. Es reicht ja schon, dass Sie sozusagen selber ein Gesetz aufgelegt haben, wo Sie jetzt feststellen, da haben Sie Fehler gemacht und da gibt es eklatante Probleme. Das ist auch okay. Aber wenn wir jetzt schon an das Gesetz rangehen und Nachbesserungen anstellen, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wird das Gesetz danach auch wirklich umgesetzt und wird es danach auch wirklich funktionieren, sodass zweckentfremdeter Wohnraum auch wieder Wohnraum wird. Und da muss ich leider sagen, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Sie sich hier so selber feiern. Wir hatten ja vorhin auch eine RBB-Runde dazu, weil das Gesetz wird auch jetzt nicht funktionieren und ich kann Ihnen auch erklären, warum. Das Gesetz ist weiterhin in der Vollzugskrise, weil die Ferienwohnung oft nicht aufgespürt werden können, die Anträge können oft nicht bearbeitet werden, die können oft nicht kontrolliert werden. Und es gibt ja auch sehr viele Eigentümerinnen und Eigentümer, die dann auch klagen und ein Bezirk muss dann erst mal ein, zwei Jahre damit leben, dass ein illegales Geschäft weiter betrieben wird, während das Personal sich um die anderen 5.000 Anträge kümmert. Und so haben wir leider eben keinen Wohnraum gewonnen, sondern es wird weiterhin eine Ferienwohnung sein. Und wir rennen der Situation, der Entwicklung immer noch hinterher. Und da verstehe ich nicht, dass Sie nicht endlich mal es einsehen, dass es nicht nur ein paar befristete neue Stellen für die Bezirke braucht, die jetzt wieder in ein, zwei Jahren Verfahren neu eingestellt werden müssen, sondern dass man jetzt auch wirklich langfristig Stellen braucht, die sich wirklich nicht nur um Ferienwohnung kümmern, sondern auch um spekulativen Leerstand, um Abriss, die wirklich effektiv kontrollieren können, sodass wir das Gesetz auch wirklich, sodass das Gesetz auch wirklich mal funktionieren kann und wir wirklich auch Wohnraum effektiv schützen können. Bitte verstehen Sie endlich, gute Wohnungspolitik, ja, gute Wohnungspolitik geht auch nur mit starken Bezirken. Das kriegen wir nur mit starken Bezirken hin, wenn wir uns darum kümmern, auch mal den Bezirken zuzuhören, was sie überhaupt brauchen, um ein Gesetz umzusetzen. Da können wir uns hier alle wunderschönen Gedanken machen in unserem Kopf, aber wenn da draußen in der Stadt die Bezirke mit diesem Gesetz nicht arbeiten können, dann müssen wir doch mal einsehen, dass wir da Fehler gemacht haben und dann, finde ich, muss man das Gesetz auch wirklich sich noch mal ganz genau angucken und auch weitere Nachbesserungen machen. Es ist doch absurd, dass wir in einer Stadt wie in Berlin, dass es möglich ist, Abriss durchzukriegen, auch gerichtlich, ja, wenn ein Bezirk das gerne unterbinden möchte und damit bezahlbarer Wohnraum verloren geht, während dann der Ersatzwohnraum teure Eigentumswohnungen sind. Also, dass sie mit dieser Situation hier weiter leben können und diese Ungenauigkeit im Gesetz nicht endlich mal klarstellen und verbessern, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. So werden wir weiterhin zugucken müssen, dass die Bezirke immer mehr vor Gericht scheitern, wenn sie den Abriss von preiswerten Mietwohnungen verhindern wollen und das kann es doch hier nicht sein. Und ich gebe Ihnen noch mal ein Beispiel. Es gibt Hauseigentümer, die mit illegalen Zweckentfremdungen über eine Million Euro pro Jahr verdienen, ja. Was passiert dann? Ja, dann schickt das Bezirksamt eine Mahnung raus, ist eine Ordnungswidrigkeit, wird damit bis zu maximal 50.000 Euro bestraft. Ja, das zahlt dieser Eigentümer aus der Portokasse, der lacht sich doch tot über uns. Das kann doch nicht der Sinn dieses Gesetzes sein. Es muss doch, die Strafe muss doch auch in Relation zum entstandenen Schaden und zum Verlust von preiswertem Wohnraum stehen. Also auch wir fordern einige Nachbesserungen. Ich will hier nur mal ein paar aufzählen, also neben mehr Personal und endlich auch nur mal in einem Leerstandskataster, das auch kontrolliert wird, brauchen wir natürlich endlich diese genaue Definition von Ersatzwohnraum. Wir brauchen auch ein Treuhänder-Modell. Es gibt in dieser Stadt Häuser, die stehen seit ein, zwei Jahren leer. Der Eigentümer sitzt irgendwo in Luxemburg. Der Bezirk schreibt den Eigentümer an, kann aber nicht mehr machen. Die Bezirke selber haben kein Personal, sich um dieses Haus zu kümmern. Da geht ganz wertvoller Mietwohnungsraum verloren und deswegen brauchen wir auch endlich dieses Treuhänder-Modell für Berlin. So, und wir brauchen leider auch höhere Geldstrafen, weil das habe ich gerade schon erklärt. Ansonsten läuft diese ganze Drohkulisse absolut ins Leere. Ich befürchte ja, wir werden in ein, zwei Jahren wieder hier stehen und wir werden das Gesetz wieder nachbessern müssen. Bis dahin haben wir dann immer noch mehr Zeit vergeudet und es werden noch viel mehr Wohnungen zweckentfremdet werden und es wird noch mehr preiswerter Wohnraum abgerissen werden. Und dabei brauchen wir doch so dringend jede einzelne Wohnung hier in Berlin. Vielen Dank.